Hallo, du schöne Seele! Vielen lieben Dank, dass du dieses Video angeklickt hast und dich somit für eine Kanalmitgliedschaft interessierst. Ich möchte dir jetzt in diesem Video gerne erzählen, welche Vorteile du davon hast, beziehungsweise was ich mir da auch so ein bisschen dabei gedacht habe. Es gibt zwei Kategorien an Mitgliedschaften. Zum einen ist es die Soul Family Silver und das andere ist die Soul Family Gold. Die Soul Family Silver kostet 4,99 Euro pro Monat und du hast da Zugang zu den Zusatzvideos für die Geburtstagskinder des Monats. Das sind immer zwei Legungen. Es ist die Monatslegung für das Geburtstagskind und eine Jahreslegung, eine Bonuslegung für das neue Lebensjahr. Das heißt, die Geburtstagskinder sind jetzt im September die Jungfrauen, im Oktober die Wagen, im November die Skorpione und so weiter und so fort. Zusätzlich dazu erhältst du Zugang zu zwei ganz exklusiven Live-Legungen, die ich hier nur für die Kanalmitglieder mache. Da gibt es keine festen Daten, das mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl, aber du bekommst für 4,99 Euro quasi vier extra Legungen. Genauso viel wie eine weiterführende Legung von einem Video kosten würde. Das ist das kleine Goodie, das ich habe für die Geburtstagskinder und du hast zusätzlich die Möglichkeit, in meiner WhatsApp-Gruppe Soul Family aufgenommen zu werden. Dort dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Freundschaften zu schließen, die Soul Community ein bisschen näher kennenzulernen. Und das ist all das, was dir mit der Kanalmitgliedschaft Soul Family Silver zur Verfügung steht. Dann gibt es noch ein kleines Upgrade, das Soul Family Gold, das ist so ein bisschen für die Hardcore-Car-Defense, so möchte ich es gerne nennen. Diese Mitgliedschaft kostet 19,99 Euro im Monat und damit hast du Zugang zu allen Extended-Videos. Also alles, was auch in der Soul Family Silver-Mitgliedschaft bereits enthalten ist, plus zusätzlich Zugang zu jedem weiterführenden Reading zu den YouTube-Legungen. Egal was, jedes Sternzeichen, Vollmond, zeitlose Botschaften, überall wo es ein Extended gibt, hast du auch Zugriff dazu. Zusätzlich möchte ich sagen, dass du ab dem Zeitpunkt, an dem du diese Mitgliedschaft abschließt, auch Zugang hast rückwirkend. Also das heißt, zu allen Legungen, die davor hochgeladen wurden. Das heißt, wenn du dich jetzt im September anmeldest und die Löwe-Legungen interessieren dich aber auch aus dem Vormonat möglicherweise, dann hast du da rückwirkend auf alles, was in dieser Community hochgeladen wurde, Zugang. Ich hoffe, das hat deine Fragen beantwortet. Ich danke dir sehr für dein Interesse, für dein Vertrauen und ich würde mich natürlich sehr freuen, dich hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen und ja, vielen lieben Dank.